Herzlich Willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. Ich bin euer Chojen und wir wollen mal versuchen die Maschine zu deaktivieren. Falls wir denn zu diesem blauen X kommen werden. So, was haben wir denn hier alles noch? Ah, da können wir uns nicht dran hangeln. Und da kommen wir nicht durch. Hallo Fan, das nenne ich mal einen riesigen Teich voller geschmolzener Mineralien. Dieser Kult fährt echt total auf das ganze Feuer und Verdammniszeug ab. Passt ja genau zu ihr, ne? Ich hoffe nicht, ich komme nicht auf die andere Seite ohne selber zu schmelzen. Tauch doch mal deinen Fuß rein, vielleicht ist es ja gar nicht so heiß. Ich müsste feuerresistent sein. Oder du wärst so cool wie ich. Dann könntest du einfach drüber fliegen. Stimmt, fliegen wäre richtig geil. Aber ich glaube es gibt doch... Wo sind die Schuhe? Hier. Stark genug um selbst Säure und Lava zu widerstehen, benötigt das Material doch manchmal eine Auszeit. Aber vielleicht reicht das aus. Das wäre interessant. Okay, hier kommen wir erstmal noch nicht lang. Es könnte aber auch sein, dass wir irgendwas cooles bekommen. In einem der nächsten Dungeons. Ah, richtig. Wir wollten hier runter und dafür müssen wir hier irgendwie Feuer reinkriegen. Dass wir wie machen? Ah, wir haben ja diese Feuerpike bekommen. Nice. Ah, habt ihr es gesehen? Ein Kristall ist blau geworden. Das heißt, wir brauchen wohl drei. Komm schon, noch immer nichts. Wir müssen einfach all diese Kohlepfannen entzünden, um die Kristalle zu aktivieren. Sie müssen irgendwo in der Nähe sein. Alles klar, dann los. Lass sie uns im Brand stecken. Äh, ich habe doch R gedrückt. Ja, 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 ja. Das heißt, wenn ich die Taste drücke, macht er das auch irgendwie. So, wo haben wir noch hier so Kohlepfannen? Da kommen wir nicht durch. Aber wir machen hier noch einen anderen Weg. Dankeschön. Suchen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass das in der Höhle ist. Sind wir doch schon drinnen gewesen? Ja, sind wir. Okay, da ist etwas Exklusives, was wir kaputt machen müssen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal irgendwas Neues. Irgendeinen Fernschuss. Ah, hier links ist ein Rät hin. Dafür müssen wir durch die Lava gehen können. Brauchen wir irgendeinen speziellen Panzeranzug oder sowas bestimmt. Da oben ist erstmal nichts. Suchen wir weiter. Besser hier drüber, ne? Ah, das ist gut. Das entzündet die nächste Flamme. Und los geht's. Ah, lieber nochmal warten. Einer fehlt noch. Ups. Ich vermute, der wird rechts sein. Ja, er ist genau unter uns. Autsch. Ich dachte, er wäre schon vorbei. Der war ja easy. Moment mal. Ne. Können wir da dran vorbei? Ja. Du brauchst Licht. Ja, dann bevor wir da runter gehen, holen wir uns lieber mal Licht. Ja, dann verkaufen müssen wir nichts. Gioranimo. Gioranimo. Ah, lieber was vorsichtiger runter. Secret. Ah, ist schon wieder drei Schalter, seht ihr das? Also drei Kristalle. Ronalds Schatzkammer. Das Betreten ist nur Akolyten mit Sicherheitsstufe 6 oder höher gestattet. Was? Die habe ich? Hm, noch mehr Kristalle. Ich habe keine Kohlepfannen in der Nähe gesehen. Sie müssen irgendwo in diesem verflixten Tempel sein. Aber die Maschine des jüngsten Christes ist da nicht drin. Ich will das Ding in seine Einzelteile zerlegen. Jetzt! Ah, okay, da ist irgendwas anderes drin. Können wir irgendwie mal rüberspingsen? Nicht wirklich. Da gibt es irgendwas Cooles. Und dafür müssen wir in diesen Tempel über uns, vermute ich. Und dürfen den erst verlassen, wenn wir alle drei Kristalle aktiviert haben. Für die Außenwelt hier. Gut. Das ist ansonsten eine Sackgasse. Und ich vermute dann stark, dass wir dann irgendwas bekommen, damit wir gut durch Lava können. Oder wir müssen so lange grinden, bis wir die... Ups. So lange grinden, bis wir genügend Rädchen haben, um diese Schüschen hier zu aktivieren. Dafür brauchen wir drei Stück. Sprich mit Fan. Oh Mann, das muss die Maschine des jüngsten Gerichts sein. Ich wollte mir einfach nicht eingestehen, dass Rusty eine Sache wie diese hervorbringen könnte. Das Ding scheint eine Menge Vectron-Teile zu beinhalten. Schrotten wir das Teil! Wuhu! Alles klar. Wir würden uns vielleicht erst mal umgucken, aber... Hier ist ja sonst nix. Na gut, hauen wir einfach mal drauf. Hahaha, oh Gott, war das cool! Ja, sieht ziemlich harmlos aus, nicht wahr? Dieses Ding besteht aus lauter Dampfbott- und Vektronenteilen. Warum sollte Rusty auf die Idee kommen, so etwas zu bauen? Du machst dir zu viele Sorgen. Weniger denken und mehr Zerstörung anrichten. Wir sollten zur Oase zurückkehren und Rosi davon berichten, dass die Maschine deaktiviert ist. Yay, Level Up! Gibt's hier sonst noch was? Scheint nicht. So, ich hab viel eher das Problem, dass doch hier dran irgendwie die drei Teile versteckt sein sollten. Kann man hier irgendwo dahin? Nee, können wir nicht. Na gut, gehen wir mal da rüber. Das heißt, wir zappen uns einmal hoch und nutzen den Tele neu. Hoch. Hallo. Wir konnten das Ding außer Gefecht setzen, das für die Erdbeben verantwortlich war. Fantastisch, du hast es tatsächlich geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Und immer noch keine Spur von Rusty. Hm, wenn das Ding, das du Vektron nennst, ihn verändert hat, ist er vielleicht dort unten, unter den Überresten. Die Maschine des jüngsten Geräts bestand zum Teil aus Vektron-Technologie. Oh nein, ich weiß, was du denkst. Ich will dort nicht wieder hin. Du weißt nicht, wie es ist, dort drinnen zu sein, wie es ist, keinen eigenen Willen zu haben. Ich bin schon so weit gekommen. Ich kann jetzt nicht aufhören. Wenn du mir den Eingang zeigen könntest, Fan? Warum? Warum können wir nicht einfach irgendwelche Sachen demolieren? Er hat Vektron zur Fall gebracht. Rusty hat uns gerettet. Hm. Ich führe dich dorthin. Aber sobald du Vektron betrittst, bist du auf dich allein gestellt. Wow, das ist ziemlich weit weg. Das ist ziemlich weit weg. Okay. Soviel dazu. Erkunde Vektron. Mhm. Joa, jetzt besser noch nicht. Problem ist, haben wir einen Weg jetzt hier runter. Das ist nicht auf. Hier rechts die Tür. Nee, die sind auch noch nicht auf. Geht mal hoch da. Wie finde ich denn den Weg zu Vektron? Rosis Lager haben wir irgendwas vergessen noch? Aber wie finde ich den Weg zu Vektron? Sehr wahrscheinlich muss ich hier durch die Lava runter und brauche dafür die Spezialschuhe. Das heißt, ich muss grinden. Was ich dann ohne euch tun würde, so wahrscheinlich. Oder wir machen zusammen die Höhlen. Aber da kriege ich nicht genügend Sachen, um drei Rädchen zu kriegen. So, was haben wir hier vergessen? Hier muss irgendwo ein Secret sein. Das wir nicht entdeckt haben. Können wir einfach hier hoch. Können wir. Hoffentlich war es nicht unten gewesen, was wir... Ah! Kann ich auch einfach runter? Moment. Wir wollen nur eine Etage. Ja! Da war doch noch ein Secret. Rosis Handeln! Yeah! Das ist ja so ein Muckimädel, ne? So, ich glaube... Ansonsten... Wo ist das hier? Ich glaube, wir müssen woanders lang. Shit, da können wir uns nicht dran hangeln. Ah, nice! Das wusste ich nicht, dass ich damit den auch so wegdangel... Dankeschön. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. Das sieht aber nicht danach aus. Dann können wir hier, glaube ich, wieder raus. Ja, erledigt. Nice! Und die zwei anderen hier, da können wir noch nicht durch. Ist das wichtig, dass ich mit denen rede? Ich bin es leid, hier mit meinen Pantoffeln herumzuschlaufen. Ich sollte dort rausgehen und die Erdbeben und die seltsamen Dschungelpflanzen einfach alle wegsprengen. Aber ich werde mir vorher noch einen köstlichen Schluck Mondsaft gönnen. Und danach bin ich weg. Ja, der dröhnt dich sehr wahrscheinlich ins Nirvana. Diese Ort hier ist wirklich ein Hit. Rosi hat ihn errichtet. Als wir jünger waren, waren sie eine ganz neue... War sie eine ganz schöne Holzuse. Aber jetzt ist sie so groß und stark und sorgt für unseren Nachschub an Mondsaft. Ich würde am liebsten direkt hineinspringen. Er wird mir aber auch Kraft verleihen. Aber Rosi rührt das Zeug niemals an. Sie hebt stattdessen einfach schwere Sachen. Blöd, wenn ihr mich fragt. So ein paar... Der Ruide-Boost wäre gar nicht so schlecht. Aber die machen uns sehr wahrscheinlich radioaktiv im Arsch. Schon Glück gehabt beim Fangen deiner Schuhe? Ach, was soll's. Zum Teufel mit den Schuhchen. Cleo hat jetzt Lust darauf, irgendwelche Dinge wegzukicken. Cleo hat einen Plan. Cleo wird diesen Ort hier hinter sich lassen und nie wieder an die Schuhe denken. Okay. Du dummes Kübelhaubendings da. Cleo soll dich wegkicken, bevor du noch mehr dumme Dinge sagst. Cleo wird bald verschwinden und uns geht der Mondsaft raus. Das ist ja super. Total sinnlose Dialoge. Rosi mag es nicht, wenn ich in der Mine gehe und irgendwelche Dinge absteche. Klingt logisch. Zurück mit dir, bevor ich mit meinem Stecherino an dein Getriebe zu schaffen mache. Okay, die sind alle ein bisschen mit Schugger. Es, es, verschwinde. Schade. Okay, wir müssen sehr wahrscheinlich diese Schleimschuhe unbedingt haben. So ein Mist. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal nichts machen. Das ist ärgerlich. Dann schauen wir uns mal... Die Höhle war total kacke, wir erinnern uns. Schauen wir uns mal hier ein paar Höhlen an. Wir müssen im Endeffekt jetzt grinden. Waren wir da noch gar nicht drin? Das ist noch ein Fragezeichen düster Höhle. Zack, ein bisschen Licht. Hier waren wir noch gar nicht drin. Oh, der fiese Sack. Schon wieder hier, was machst du denn hier? Ich dachte, den haben wir besiegt. Ist das jetzt ein Standardgegner? War nicht schlecht. Ich vermute, dass in den Höhlen jetzt hier irgendwo auch die Schalter sind, die wir suchen. Also um die blauen Kristalle zu aktivieren. Komm, bleib mal stehen. Oh, das geht nur von der anderen Seite. Dann hätte ich das gerade eben machen sollen. Stopp! Okay, das hat gar nichts gebracht. Außer, dass er von alleine immer wieder dann da sich bewegt. Wir müssen einen zweiten Schalter fänden. Gehen wir nochmal hier auf die Seite. Sehr wahrscheinlich habe ich deswegen dich hier, ne? Ich vermute es stark. Hups! Hoch da! Autsch! Das war nicht so gut. Komm, hier oben. Genau! Mach mal den Weg frei. Hallöchen! Ah! Die halten aber jetzt nur drei Schläge aus. Nicht wie dieser Obermord, dieser Prophet. Der Weg ist frei. Leider hier oben nicht. Mist! Das ist doch wieder ein Secret. Da hätte ich ihn... nicht töten dürfen. An ihm vorbeigehen müssen. Und er hätte nochmal auf mich schießen müssen, damit das hier aufgeht. Oder ich kann von hier... Ja! Ich kann es erwischen! Nice! Sehr gut! Ich glaube, wir können eine neue Blaufause uns holen. Da wir zehn Stück von den Dingern haben. Das machen wir aber gleich. Oh, Herzchen! Das ist gut. Sehr gut. Geht das Licht aus? Oh, das ist von der anderen Seite. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Okay, wir haben wieder einen, der schießen tut. Ah, das war dämlich. So, wenn du mal hier rüberkommst... Kannst du hier mich anschießen? Kannst du nicht, ne? Schade. Dann hätte ich das nämlich hier zerschießen können. Ohne Licht ist blöd. Du brauchst Licht. Wohl wahr. Nice! Moment, ist hier unten was? Nein. Ein Rädchen, das ist gut, davon brauchen wir ja unbedingt drei, also zwei noch. Hm, ich glaube, das war nicht alles, oder? Ist bestimmt irgendwo noch was versteckt. Sehen tue ich jetzt auf Anhieb nichts. Du brauchst Licht, mhm. Schade, kann nicht sehen, ob hier irgendwas ist. Ich muss mal ein paar Funken sprengen lassen, nicht, dass hier irgendwo einer ist. Also ohne Licht findet man die ganzen Geheimnisse echt nicht. Aber ich glaube, vielleicht war es das ja doch schon. Gehen wir mal zurück. Ja, beendet. Supi, ähm, was sagt die Zeit? Ja, können wir hier eigentlich mal einen Break machen. Schauen uns noch ein paar Höhlen vielleicht an. Und wie gesagt, ich brauche unbedingt noch zwei weitere Rädchen, damit ich mir diese Spezialfähigkeit holen kann. Die hier. Äh, nee, die hier. Stark genug, um selbst Säure und Lava zu widerstehen. Ja, das werden wir machen. Bis demnächst. Euer Chojin. Ja, das wirdании von Lava. Ja, das werde. Ja. Ja.